Seit über 30 Jahren fertigt und vertreibt die TransKeram GmbH Lösungen aus den härtesten Materialien. Es werden Komponenten aus Hartmetall oder technischer Keramik gefertigt, auch als Verbundelemente mit Edelstahl, Titan oder Kunststoff. Von chemisch beständigen Gleitlagern und Gleitringen in Siliziumcarbid und Hartmetall für Pumpen- und Lebensmittelindustrie bis zu Präzisionsbauteilen für Halbleiterhersteller und Werkzeugbau. Auch selbst schmierende und metallimprägnierte Grafitwerkstoffe sind im Programm. Gerne übernehmen wir die Wartung für von uns mitentwickelte Anlagenkomponenten. Getrieben von der Passion modernster Werkstoffe stehen wir für Qualität, Präzision und Innovation bei kurzen Lieferzeiten. TransKeram – 30 Jahre Entwicklungserfahrung auf dem Gebiet der Hartwerkstoffe.